Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist denn jetzt los noch? Jetzt ist Schluss. Was ist? Ich habe Angst vor den Tiger und Wölfen und Leoparden. Wo sind denn hier Tiger und Wölfe und Leoparden? Hier ist nur dein Lulatsch. Und der möchte mit dir schmusen. Außerdem bin ich ja da. Brauchst du keine Angst haben. Das spielt eine ganz wesentliche Rolle, das Erkennen und das Ausdrücken von Geföhnen. Also gerade so im Hinblick auf Suchtprävention. Weil abhängige Menschen sehr häufig damit auch Probleme haben, ihre Gefühle zu erkennen und auszudrücken. Und dann ist das Suchtmittel halt oft auch mal ein Weg, um das dann zu ermöglichen, also ein Gefühl zu spüren oder auszudrücken. Und das ist eigentlich so das Elementare. Und zuzulassen, denke ich auch. Zulassen, erkennen und auch von anderen akzeptieren können, dass andere auch Gefühle zeigen und haben. Und das ist eine ganz wesentliche Basis für eine frühe Suchtprävention, die eben nicht mit Information und Aufklärung arbeitet, sondern an der Persönlichkeit des Menschen. Gestern Nacht habe ich gar nicht schlafen können. Da war es nämlich ganz dunkel in meinem Zimmer. Und ich habe mich hin und her gewetzt auf der Decke. Ich habe nämlich Angst gehabt. Ich konnte überhaupt nicht einschlafen. Und ich habe mir andauernd überlegt, warum habe ich denn so Angst? Es ist keiner bei mir. Ich stehe jetzt mal auf und gehe jetzt mal zu jedem Kind hin. Und jedes Kind darf mir mal vielleicht sagen, wann es Angst hat. In welchem Zusammenhang steht eigentlich Suchtprävention? Und von der Wissenschaft wird auch immer wieder erwähnt, Suchtprävention ist am besten durchzuführen in Kindertagesstätten, die situationsorientiert arbeiten. Also die eben diesen situationsorientierten Ansatz verfolgen. Also dass die Situation von Kindern, das ist auch... Und das ist auch immer wieder erwähnt.